So, da wären wir dann. Ähm, ja, dann fangen wir mal an, wa? Ganz genau. Also, wir haben alle an Bord. Es sind ja eh nicht viele. Wir schauen mal kurz. Hier können wir übrigens immer, egal wo wir sind, uns ein bisschen was dazu holen. Ohne Wartezeit. Und, ja. Das kämpfen wir natürlich. Was haben wir denn da? Ich habe so ein bisschen Halsschmerzen, Husten, irgendwas. Kratzen. Ritter Albrecht. Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Die Schlacht von... Ich bin unheimlich schlecht im Französisch. Guisure? Keine Ahnung. Ähm, wir haben mehr Magie, als ich erwarte. Das habe. Na schön. Packen wir die mal dazu. Den tun wir auch noch mal rein. So. Bahn. Ja, können wir hier irgendwo einigermaßen geradeaus laufen. Ist eigentlich auch egal, ne? Wir stellen euch mal hier hin. Das geht sogar einigermaßen. Die haben Vorhutaufstellungen und sind, glaube ich, sogar auch... Die sind getarnt. Die nicht. Das heißt, die stellen wir am besten in den Wald auf. Hier kommt der zweite auch, bitte. Ha? Ach was. Der ist getarnt. Ich dachte... So. Unsere Sensen... Unsere Sensenreiter... Und wir hier hin. Und die Gespenster, das haben wir ja auch noch. Wir haben es vergessen. Ähm, ja, die können sowieso nicht laufen. Nicht viel, nicht schnell. Irgendwas. Die beiden dahinter. Mhm. Aller mal an Bord? I think so. Und dann lassen wir erstmal die Kollegen loslaufen. Weil bis die da sind... Tja, das kann dauern. Ihr könnt euch da schon mal positionieren. Ihr bleibt da. Ihr bleibt... Obwohl, ihr könnt ja auch getarnt laufen, ne? So. Die Kutter bleiben hier drin stehen. Sonst werden die entdeckt. Jetzt... Weil ihr könnt auch schon mal loslaufen. Ich glaube, das können wir sogar ein bisschen beschleunigen, weil... Selbst wenn die beschleunigen sind, die immer noch langsamer, als wenn andere Einheiten im normalen Tempo laufen, ne? Also Zombies... Die bewegen sich so ein bisschen auf Zwergen-Niveau, ne? So. Du dahinter, du dahin, du hierhin. Hier kommt mal ein bisschen näher. Die Gespenster bleiben... Da kommen die alle da durch. Denn manchmal haben die auch echt... Die Eigenart... An Bäumen hängen zu bleiben. So. Jetzt kommt unsere... Unsere Spaßpartei da hinten angelatscht. Die Sensenreiter, die machen wirklich Laune, ey. Wir geben dir mal ein bisschen Power... Und ein bisschen... Äh? Mach hin da. Rein mit euch. Heiner, renn mal lieber weg hier. Wo ist denn der Seffel? Der ist da. So. Wo sind die? Die sind hier. Ihr könnt euch die mal schnappen. Und du... Rennst da rein. Und du... Rennst da rein. Und du... Rennst auch mal kurz da rein. Und hier fängt jetzt der richtige Spaß an. Den können wir uns mal angucken. Der ist wirklich... Ja. Also... Ja. Ich weiß Bescheid, ne? Der Hammer von Krell ist größer als das ganze Pferd, ey. Ja. Master of Death! Crew! Der König der Wille! Herr Stern! Heinrich Kämmer! Und da Krell auch ein Untoter ist, zählen für ihn natürlich auch die gleichen Buffs wie für alle Untoten. Ich möchte, dass der Typ hier gefasst wird, bitte. Das wäre mir ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr diesen Penner von seinem Pferd haut. Krell ist ein bisschen lahm, da kommt er nicht hinterher, aber ihr, ihr schafft das doch, oder? Eure Pferde sind auch irgendwie schneller als alle anderen Pferde, deswegen kriegt ihr die. So, ihr macht den Haufen hier noch platt, das ist schön. Die kommen hier leider nicht hinterher. Schön, noch vor der Grenze eingefangen, das finde ich gut. Super Sache, jetzt könnt ihr die noch platt machen. Und dann Haben wir das auch erledigt, würde ich sagen. 134 Verluste, joa. Ein paar von den Zombos hier, joa. Ein Kill habt ihr gemacht, mit 160 Leuten. Wo wart ihr denn? Ihr seid doch spazieren gegangen, oder nicht? Ihr habt doch unmöglich am Kriegsgeschehen teilgenommen. Selbst der hat einen gemacht. Und der ist alleine und hat noch niemals eine Keule. Naja. Der hat tatsächlich einen gemacht, wie hat er das hingekriegt? Ich bin stolz auf dich. Wer immer du auch bist. Jo. Guckt euch das an, ja? Ich meine, wir haben bisher noch nix irgendwie mit Verlustverstärkung irgendwas. Und trotzdem hauen mal irgendwie 18% stehen wieder auf. Das sind einfach mal alle. Ja? Schwupp. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So, gebundener Zauber, Schnelligkeit. Was ist das denn? Schleicher. Hm. Okay. Okay. Ach ja, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Wir werden uns hauptsächlich auf den Bereich hier beziehen. Am Anfang natürlich nicht. Ach, na sie juckt. Am Anfang ist das hier angesagt, ne? Zombies, 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 Zombies. Zombies werden schneller, Zombies werden billiger, Zombies werden robuster. Zombies haben Vorhutaufstellung. Zombies machen noch irgendwas, physische Resistenz. Ist schon ziemlich krass. Wenn man diesen Zombie-Wahn hier auf die Spitze treiben möchte, dann sollte man Helmut Gorse spielen. Der, äh, so, was der mit Zombies veranstaltet, das geht auf keine Kuhhaut. Aber wir sind Heiner. Wir interessieren uns hauptsächlich für diesen Bereich hier. Vor allem für die hier. Für die drei hier unten. Das sind eigentlich, umso mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Alles andere ist uns scheißegal. Ne? Wir wollen Unterhalt für Gespenster senken. Hier stehen die Leitheim-Sucher übrigens mit drin. In Heiners, äh, persönlichen Skill-Tree ja nicht. Aber hier stehen sie drin. Der Unterhalt für die drei wird billiger. Äh, Tote erwecken. Tote erwecken ist übrigens anscheinend immer abhängig, oder die Kosten für Tote erwecken, ist anscheinend immer abhängig von, äh, davon, was wir erwecken wollen. Also Zombies wieder erwecken ist anscheinend was anderes, als Gespenster wieder zu erwecken. Obwohl es der gleiche Zauber ist. Ne? Also, ne? Hier in dem Fall Gespenster, Leitheim-Sucher, Seinsenreiter, wieder erwecken ist billiger. Nahkampfangriff für die Gespenster, Leitheim-Sucher und Seinsenreiter. Waffenstärke für die Gespenster, Leitheim-Sucher, Seinsenreiter. Und jetzt kommt der Ober-Kracher. Barriere für die drei. Ne? Das ist das, was die Scene-Typen eigentlich haben. Dieser extra blaue Rüstungs-Lebensbalken, wie immer man das nennen mag. Ähm, quasi nochmal 500 Lebenspunkte, die sich ziemlich schnell wieder von alleine regenerieren, ne? Ähm, das ist... Eigentlich ist das okay, aber ich nehm's mit, ne? Natürlich. So, wir fangen aber hier oben an. Unterhalt für Zombies. Wir haben schon 25, wir kriegen nochmal 35. Und damit kosten die jetzt schon nur noch... Na, was kosten die? 19, ist ja süß. So, ja. Mh... Kann man das eigentlich irgendwo sehen, hier so... Ich weiß, ihr glaubt mir das nicht mit dieser Grenze für die Zwerge und so, ne? Ähm, aber irgendwo kann man das sehen. Ist der vielleicht jetzt schon pissig, weil wir überhaupt da schon gestanden haben? Naja, er freut sich, dass wir die anderen betreten haben. Aber es ist so, eigentlich sieht man's hier nicht so richtig. Eigentlich dürften wir bis hierhin laufen können, dürfen, ne? Denn hier ist ja erst der Strich. Aber dieser Strich hier... Äh, wir drehen das mal so ein bisschen. Ja, äh... Ich weiß es nicht so richtig. Ich weiß nur, ich bin hier nie lang gelaufen. Ich bin immer hier lang gelaufen. Warum soll ich auch da lang latschen? Und auf einmal ist der hier... Dreht der voll am Rad. Naja. Soll uns egal sein, wir... Müssen uns eh mit ihm prügeln. So. Kriegen wir uns noch in einem Zug hin? Ja, klar. Schaffen wir. Ähm... Können wir uns noch irgendwas holen? Wäre egal. Ey, da sind schon wieder welche. Ja, damit. Zack. Ja. Und eigentlich... Hätte ich jetzt schon ganz gerne noch einen zweiten dabei. Geld ist übrigens mit ihm erstmal für die ersten paar Züge kein Thema. Er hat irgendwie genug. So, wir versuchen jetzt mal was. Letzten Male habe ich mir den zweiten Dekromanten immer erst geholt. Da war ich schon da hinten. Und ich denke mir, dieses Mal nehme ich den direkt mit da hinten, da hinten hin. Damit wir diesen bekackten Schnurrbartträger da hinten zusammen aufs Maul hauen können. Denn... In der Gemeinschaft macht alles viel mehr Spaß. Und er ist diszipliniert. Das heißt, er hat Führerschaft für alle und Nahkampfangriff für alle. Das ist herrlich. Nahkamp ist egal, aber Führerschaft. Ich habe es ja erzählt, ne? Führerschaft ist hier echt Problematik. Willkommen an Bord. Du bist ja ein ganz schicker. Werden sie das? Wir werden es sehen. So, erstmal wollen wir wachsen. Alles andere ist uns scheißegal. Und du? Für die ist nichts mehr da, ne? Ich habe schon alles weggekauft. Dann kriegst du ganz normale Zombos hier. Ist ja auch egal. Ähm... Ja, das ist einer der sinnlosesten Button hier. Weil irgendwie mag uns keiner. Ich weiß gar nicht warum. Oh doch, er könnte uns mögen. Er ist immer so ein bisschen komisch. Mal mag er uns, mal mag er uns nicht. Also ich habe schon erlebt, er ist ja total pissig gewesen. Ich habe mal erlebt, dann ist er eigentlich ganz nett gewesen. Hm... Er hat meistens Stress mit... ...denen hier, glaube ich, ne? Äh... Was ist mit dir, Kollege? Mit ihm wollen wir ja eigentlich ganz gerne anmelden. Obwohl, im Prinzip ist er uns auch mehr oder weniger egal. Der tobt hier unten rum. Der braucht uns sowieso nicht. Der ist so OP. Der haut hier einfach das Imperium alleine kaputt, ne? Also eigentlich braucht er uns nicht. Und wir können ihn durchaus gebrauchen. Wir können jeden gebrauchen. Ähm... Aber er ist zuerst... Er ist so anders, ne? Ich meine, guckt dir den mal an, diesen Typ da ohne Nase. Ähm... Wen wir wirklich gebrauchen können, und da werden wir auch demnächst mal jemanden hinschicken, ist Helmut Gorst. Denn wir zwei sind uns doch recht ähnlich. Er mit seinen Zombies und wir mit unseren Gespenstern. Und wenn wir mit denen konfederieren können, und die Zombie-Buffs von Helmut Gorst in unsere Fraktion übernehmen können, dann sind wir der absolute Oberwahnsinn. Aber das dauert noch ein paar Züge. Wir können froh sein, wenn wir hier überhaupt bis dahin kommen. Also wir schauen mal, wie das hier wird. Ähm... Wir steigen nicht mal kurz. Äh... Nice, nice, nice. Aber das ist das Wichtigste, was wir erstmal brauchen. Wir wollen... Wir werden... Unsere Einheiten sind nicht die stärksten. Das heißt, wir werden immer... Massen über Massen verlieren. Und... Wir haben nur eine Chance, wenn wir Massen über Massen wieder auferstehen lassen können. Schrei mal nicht so rum, da... Ich krieg's ja auch gleich was. So. Ähm... Bei ihm genauso. Zack. Mit ein bisschen Glück hat das Ding keine Mama. Ein paar Bogenschütze, so ein bisschen Bauernpack hier. Zum Warmwerden kommen. Ah... Halali. Frisch gepresster Ingwersaft. In Verbindung mit Halsschmerzen. Ein einzigartiges Gefühl. Artois. Dann zeig mal, was du drauf hast. Artois. Warum stehen wir eigentlich da hinten? Na gut. Huch, ganz schön viele. Könnt ihr euch gerade hinstellen. Ich mag es, wenn ihr gerade steht. Verlaust da auf und könnt ihr nicht gerade stehen. Äh... Äh... Ihr zwei. Geh mal weg hier, so. Ihr zwei. Euch hätte ich gerne... Das passt nicht. Aber hier vielleicht. Aber ihr dürft ja sowieso stehen, wo ihr wollt. Ihr könnt da stehen, so. Äh... Und die Köter. Hätte ich gerne... Äh... Das passt doch wieder nicht, oder? Es geht. Okay. Die Sensen-Männer. Die sind eigentlich egal. Die schleichen sowieso einfach nur hinterher. Und... Ich packen wir auf die vier. Und... Nice wäre es, wenn ihr... Komm schon. Ach man, der Baum ist doch dick genug, oder was? Ha! Krass. Gut. Ich weiß. Du darfst da stehen bleiben. Und dann... Same procedure, ne? Alle mal nach vorne. Die beiden laufen später los. Gehen wir erstmal da rein, so. Obwohl, ne, könnte auch direkt nach vorne kommen. Ist auch egal, ey. So. Was ich übrigens auch ziemlich geil finde. Erstmal allgemein bei dem Spiel. Und zweitens... Habe ich denn schon egal. Äh... Bei den Vampiren insbesondere... Bei den Vampiren insbesondere... Bei den Vampiren insbesondere... Ist der Soundtrack. Der Soundtrack... Also... Die Musik, die CA hier komponieren ließ... Ist fantastisch. Ich habe schon viele Spiele erlebt, wo stimmige Musik ist. Und, äh... Aber die ist wirklich großartig. Ne? Sei es bei den Hochelfen... Sei es bei... Ne? Ne? Wo war ich? Sei es bei den Hochelfen... Sei es bei... Ne? Du gehst mal hier hin. Rein mit euch. Du schöner hinten rein. Ja, herrlich. Kommt wieder raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendjemand fehlt. Aber ne? Also da. Hier rein. Heiner hat noch nicht allzu viel zu tun, weil... Alle... So... Denen geht es allen gut, ne? Köter machen hier Endjob. Einer da oben rein. Du hast nichts zu tun, dann geht rein. Fährt hier wieder raus. Hier rein. Habt ihr ein schönes Kreuz gebaut hier? Finde ich gut. Künstlerisch begabt, meine Zombies. Das ist viel zu schade fürs Schlachtfeld. Hier gehört in den Louvre. Was für ein Bild. Krieg ich nie wieder aus dem Kopf. So. Ähm... Ihr haut ab. Ihr haut rein. Ihr habt nichts zu tun. Geht noch ein bisschen jagen. Naja. Wo war ich? Soundtrack. Hochelfen. Ja, Hochelfen. Großartiger Soundtrack. Gruftkönige. Großartiger Soundtrack. Der Einzige, der ein bisschen seltsam, ein bisschen unpassend ist, wie ich finde, ist tatsächlich der von den Echsen. Der ist zwar irgendwie cool, aber die Echsen sollen ja irgendwie so ein bisschen das südamerikanische Urvolk darstellen. So Maya, Inka, Azteken und sowas alles da, ne? Und deren Musik, gerade in der Schlacht. Klingt eher so ein bisschen europäisch, finde ich. Ähm... Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Das wäre dann auch sehr hohes Niveau, aber... Ähm... Das hätte ich jetzt besser hingehauen, so, ne? Aber hier zum Beispiel, äh... Vampirkönige... Äh, Könige Vampir... Dingens... Äh... Fürsten... Boah... Ist schon so ein bisschen Gänsehaut-Mucke. Gerade, wenn so diese Gesangsparts kommen, ne? Ist ein bisschen wenig, muss ich sagen. So, ne? Es ist irgendwie immer der gleiche Track. Und wenn man 30 Gefechte am Tag gemacht hat und immer wieder 30 mal den gleichen Song hört, dann... Kotzt da einen auch an. Aber irgendwie ist es auch geil. Gibt es noch irgendwas, was ihr einfangen könnt? Ja, die sind aber auch... Die hauen aber auch rein da hinten. Na, dann lassen wir das. So... 81... Nicht bad. Gar nicht bad. Ähm... Wer von euch war denn fleißig? Ja, die Reiter, ne? Also, ähm... Ihr seht... Die sind derbe. Die sind ziemlich derbe. So, und auch hier die Gespensters sind derbe. Die Köter haben auch einen guten Job gemacht. Und die Zombies... Gut, ich erwarte nicht, dass die Zombies groß was reißen. Die halten auf, ne? Das ist alles, was die können, ne? Die halten einfach alles auf. Das sind super Blocker. Kriegerfluch. Jo, jo, jo. Ähm... Hier gibt es 6%. Wo, nehmen wir mit. Komm. Ob die Region jetzt da ausschlippt oder nicht, soll uns scheißegal sein. Uns kann eh keiner leiden. Nachkampfabwehr plus 2. Wo? Ich find die alles. 2% mehr. Nice. Und du gehst schon mal Richtung Nehek. Ich will serve. Ach ja, die hab ich auch noch. Wie, du hast immer noch nicht... Ach, wir sind ja aber noch in der gleichen Runde, ne? Ja, das ist ja immer noch die erste Runde. Ich guck mir schon so vor, als wenn ich hier wer weiß, wie lange am Zocken bin. Hm. Lass mal ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Ihr seid Marienburg. Ja, ich könnte jetzt Marienburg angreifen. Hier durchgehen und den Weg sparen. Hab ich direkt die Orkse. Aber ich weiß, dass das... Ich hab den Weg... Ich hab schon alle Wege ausprobiert. Ich bin hier lang gelaufen. Ich bin da lang gelaufen. Ich bin erst hier hin gerannt. Ich hab sogar schon versucht, mich zuallererst mit Chrom zu verbrüdern. Mal geht das schief. Mal klappt es. Aber tatsächlich die Variante, die so am ehesten funktioniert, ist irgendwie der Weg. Das ist der längste und bekackteste von allen, aber meistens auch der Safeste. Der Hinweg ist eigentlich ganz gut. Den kriegen wir hin. Wir hauen uns jetzt hier, dann hauen wir uns da, dann hauen wir uns da, dann haben wir irgendwann das hier. Spätestens ab hier kriegen wir Stress mit dem Fliegermann da, dem Fliegerhorst. Ätzend wird der Rückweg, weil die KI, die ist immer so, die passt ja immer den perfekten Zeitpunkt ab. Wenn wir dann von hier aus wieder zurück sind, spätestens wenn wir hier angekommen sind, dann fängt der Zwerg auf einmal an, uns zu hassen. Also vorher interessiert er uns nicht. Interessieren wir den nicht. Der sagt keinen Ton, der guckt uns mit dem Arsch nicht an. Aber wenn wir weit genug weg sind, dann meint er plötzlich, yo, eigentlich hätte ich da eine Butze gerne. Halt doch mal dein Maul. Schrei doch nicht mal dazwischen hier. Ich erzähle. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nur wegen dir. Komm, sag schon. Ja, na gut. So, ja, wir bauen noch mal was. Das machen wir heil, das machen wir heil. Und dann gehen wir mal in den ersten Turn. Vampirische Korruption, habe ich da schon zu irgendwas dazu gesagt. Erklärt sich von selbst. Wir sind Vampire und wenn wir vampirische Korruption verbreiten, ist das gut für uns. Weil dann erheben sich unsere Toten wieder besser. Das alte Leid, das alte Lied, das alte Spiel, was auch immer. Zielvorgaben sind uns erstmal egal. Blutlinie haben wir auch noch nichts. Wir hauen rein. Klingt aber auch gequält da unten, ne? Äh, nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell lesen hier. So, da ist der Rote Herzog. Das ist der, der uns meistens ganz gut gesonnen ist. So, jetzt fangen die sich an, langsamer zu käbeln. Ich denke, im Grund habe ich mich hier gedreht, so. Ähm, so. Er ahnt Böses. Und er hilft uns vielleicht. Das wäre auch ganz cool. Ready? Steady go. So, so, du gehst mal einen weiter. Ja. Ne, ne. Das nicht. Äh, dich will ich haben. So. Ich könnte jetzt sofort dahin, ne? Und ich sollte es wahrscheinlich auch machen. Aber ich möchte ihn eigentlich mitnehmen, damit er ein bisschen was lernt hier. Kannst du irgendwas holen? Alles leer gelutscht. Na geht's. Ah. Sorry. Wir haben 16 Stück. Wir gehen bis hier hin. Pass auf, dann können wir nämlich noch ein bisschen normal rekrutieren. Zack, zack. Oh. Hier ist ja schon was drin. Ach ja. Man kann so komische Geschosseinheiten von Sylvania Uhuhuhu. Ohlali. Äh, rekrutieren. Habe ich aber noch nie gemacht. Wir werden hier völlig ohne Geschossearmeen klarkommen. Du bist gut. Ich dich nehme. Ähm. Mehr können wir gerade nicht tun. Wie geht's euch? Er ist momentan noch recht angetan von uns, weil wir bei dem anderen durch die, durch den Garten latschen, ne? Wäre ja richtig geil, wenn wir dich dazu kriegen. Ja, wir müssen ihn bedrohen. Und Zwerge lassen sich im Allgemeinen nicht gerne bedrohen. Der Fettsack ist momentan auch noch mit uns zufrieden, auch weil wir durch das Gebiet von denen da latschen. Also die kann irgendwie gar keiner leiden. Das ist gut. Schädelquetschers sind ziemlich egal. Die sind gleich nicht mehr da. Mh, Reikland. Der mag im Allgemeinen keine Vampire. Ich kann es ihm nicht verübeln. Der hat mit Flatter hinten so einen Ärger am Hals. Der will uns nicht. Oh, da ist er. Den meine ich. Ich kann diese ganzen Bretonenwappen immer nicht auseinanderhalten. Guckt euch das mal an. Die sind alle gleich aus. In allen Farben immer der gleiche Scheiß da drauf. Irgendwelche Flügelpferde und irgendwelche Drachen und was weiß ich, was das hier sein soll. Irgendwas mit Krallen dran. Die sehen alle gleich aus. Hauptsache sie sind Gold. Und irgendwie. Ach, die sehen immer so tuffelig aus. Wenn ich ihn schon sehe hier mit seinem Halstuch. Dann weiß er auch, was die Stunde geschlagen hat. Komm. Mit dem reden wir gar nicht erst. Ich verstehe ihn sowieso nicht mit seinem Scheißakzent. Also. Wir machen Pause. Können wir uns irgendwas anderes hier noch holen? Flatter Scheiß oder so. Hier ist belegt. Wir machen Pause. Und. Dann belagern wir die Burg. Weil die ist definitiv geschützt. Und wie ich bereits sagte, ich habe keinen Bock mit dem ganzen toten Zeugs da durch die Gasse zu rennen. Das macht keinen Spaß. Die kriegst du da gar nicht gebändigt. So, er fängt an da hinten jetzt hier schon. Zu sammeln. Unterhalt für Zombies. Jo. Mal gucken. Oh, die jetzt kosten. Zehn. Das ist so geil, ne? Zehn kosten die, ey. So, Zombies. Ey, die kriegst du auf den Grabbeltisch. So, was machen wir hier? Zombies erheben sich und Zombies werden schneller. Das ist wichtig. Weil echt, weil Heiner hier, der muss echt aufpassen, dass er nicht unterwegs stirbt an Altersschwäche, bevor die Zombies angekommen sind. Wir müssen ein bisschen auf Heiner achten. Wie weit kommst du? Kommst du? Oh, er kommt an. Das ist schön. So, dann können wir jetzt mal hier. Du machst mal hier so ein bisschen den Belagerer. Was haben wir denn hier drin? Esteban. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Ah, irgendwas. Sowas, 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 sowas. Ein paar Bogenschützen und so ein scheiß Trebouger. Die sind ätzend. Ähm, yo. Heiner macht mal Bambule da. Äh, wir gucken mal hier. Hast du da... Äh, sie ist da irgendwie mit. Zack. Und dann kannst du mit dazukommen. Stell dich mal rein. Gut, ich weiß. Gut, gut. Jo, bringt nicht allzu viel, ne? Äh, wir verlagern einfach weiter. Wie ich bereits sagte, die meisten von diesen Taschentuch... Seidentaschentuchtypen hier mögen es überhaupt nicht, wenn stinkende Zombies vor der Tür stehen. Auch eine schöne Musik, ne? Ich weiß gar nicht... Das ist, glaube ich, die... hier, die... Bretonen-Mucke, ne? So klingt ja echt friedfertig. Da fühle ich mich ja heimisch. Siehste, mögen die nicht. Da kommen sie lieber raus. Mh, 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 mh. Ja. Eigentlich sollte hier so ein Knopf sein, so ein Haken sein, dass die KI den spielen kann. Weil... Eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt hier beide zu spielen. Aber muss ich wohl, wa? Die sind nervig. Das ist eine Kavallerie. Ich dachte, das wäre... so ein Obermacker hier. Die haben gar keinen Obermacker. Das hätte ich fast hier drauf gedrückt, ne? Na schön. Letzte Schlacht für heute. Wie schnell das auch immer vorbeigeht, ne? Wir haben schon wieder 36 Minuten. Ich glaube, dieser halbe Stunde Plan, den ich mir gemacht habe, den werde ich nie einhalten können. Dafür labere ich einfach zu viel. Tut mir leid. Ich labere einfach gerne. Aber was soll ich auch die ganze Zeit stumm sein, ne? Da habt ihr ja auch nichts von. Oder vielleicht doch. Ja, sorry. Wenn ihr hier zuguckt, müsst ihr euch das anhören. Geil, so ein scheiß Berg hier, ey. Ach, das ist ja richtig ätzend. Hm. Oh, wie blöd ist das denn? So, hier kommt die andere Truppe an. Das ist unschön. Von wo wird er kommen? Ich kann mir vorstellen, dass er hier oben sein wird. Er wird sich auch den Highground nehmen wollen. Aber warte, Max, das ist verkehrt, ne? Aber weißt du was? Zombies sind Zombies. Ob wir jetzt einen davon verlieren oder 5000, wen juckt das? Die stehen sowieso wieder auf. Und wenn nicht, die gibt es an jeder Straßenecke. Also von da her. Ach so, hier ist die Ecke, hier ist die Kante. Warte mal. Passt ihr hier hin? Ah ja, oh mein Gott, die sind aber auch so lang, ne? Passt das? Irgendwie, hier gehört da nicht mehr hin, oder? Ne, das andere, okay. Äh, aber ich stelle ich hier rein. Aber ich stelle ich hier rein. So. Gespensters, wo seid ihr? Irgendwo da, egal. Blöd. Noch blöder. Ja, ich packe euch hier rein. Und die Reiter auch, dann sieht die keiner. Und die Reiter können wir weiter nach vorne packen. Dann packen wir hier rein. Jetzt ist auch keiner. Heiner. Wie heißt du eigentlich, Kollege? Joss. Das ist doch kein Name, oder? Ist das ein Name? Das ist doch kein Wort. Egal. So, Überraschung, sie sind, ja, dachte ich mir. Egal. Dann ist das so. Uppsala. So. Stellen wir euch mal so auf. Ja, komm, machen wir das so. Auf wen schießt ihr da? Huch. Das ist aber nicht geplant, so. Ja, komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück. Oder rennt jeden. Komm. Ich dachte, ihr seid getarnt, Jungs. Doch, hier ist ein Heldball. Da hinten ist das Tré-Vo-Jé. Das trifft sich gut. Kannst du nämlich hin. Du bist da hin. Hier geht da hin. Keiner geht da hin. Oh, ich hab mich ja fast vergessen. Äh. Äh. Seht euch nicht so. Ja, ja. Ach, das ist ja nichts hier. Einer hier rein. Einer da rein. Da rein. Du. Du. Ich ploppe hier so ein bisschen. Das ist mir ein bisschen doof eigentlich, ne? Ja, dann lasst du blocken. So, er ist da hinten. Der alte Sefe. Wir gehen jetzt mal hier in die Mitte. Haben wir das schon übergucken. Geh mal da. Schnapp dir die. Hier springt da mal kurz rein. Können wir schon Zombies holen? Ne, können wir da noch nicht, ne? Everywhere is death. Everywhere is death. Ähm, Heilung, 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 Heilung. Irgendwie braucht man auch noch keine Heilung. Können wir ein bisschen Heilung brauchen. Sack. Auch ganz schön mutig hier rein zu rennen, ne? Aber das wird schon. Äh, ja. Wo sind die Sensenreiter? Ja. Rennen wir da rein, bitte. Und auch mal kurz da rein. Ach ja, wo ist Krell? Genau. Äh, Krell könnte da hinten mal hin, ne? Sag mal, Opa, du bist schneller als deine Truppe hier, ne? Unfestbar. Ich stelle ich aber da rein. Du glatt mal hier, bevor du auch irgendwie von irgendwem aufgefressen wirst. So, wo ist der andere? Äh, hier. Wer ist da mitten in dem Pulk drin, ne? Das ist ja auch irgendwie scheiße. Oh, wo sind die Gespenster? Oh, die Gespenster kriegen wir aufs Maul. okay. Machen wir anders. Geht ihr mal dahin. Die Gespenster, äh, komm mal wieder raus da. Hier läuft's gut, da läuft's gut. Komm mal hier hin. Du bist hier noch mit rein. Heiner kommt mit. Du kommst mit. Du bleibst mal hier. Oh, 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 oh. Die rennen einfach alle vorbei. Ist ja süß. So, die Sensen weiter. Ihr könnt einmal kurz hier rein chargen. Du läufst ihm hinterher. Du läufst dem hinterher. Heiner, komm her. Wo ist der Seffe? Da. Ja. We'll have a good side for ihn hier. Oh, warte, warte, warte. Wo ist der Tief? Ja, das sollte reichen jetzt, oder? So, er blinkt die ganze Zeit aus hier, aber hier ist gar nichts los. Pferde einmal hier hin, Hunde einmal da hin. Ist der Held schon tot? Naja, so schnell kann das nicht sein. Ohne Licht sieht man ja echt nichts, ne? Aber Krill hat eine Taschenlampe dabei. Los, hau zu! Du hau doch mal zu! Was ist das denn? Also, sag mal! Ach, jetzt haut er rein! Oh, die sind aber ganz woanders, ne? Ich fürchte, der kann entkommen. Nicht schön! Kann den irgendeiner auffangen? Obwohl, vielleicht. Ah, jetzt doch, jetzt kommt er da durch. Ich glaube nicht, dass sie den noch kriegen. Oder? Tatsächlich. Die kriegen wir noch. Die Köter auch. Okay. Okay. Aber, dann filme ich nicht. Und jetzt, oder? Das ist gut. voran. Wir haben wenig Verluste. Wir haben einen zweiten Kommandeur mit dabei. Der hat zwar noch nicht viel dabei, aber er levelt ein bisschen. Wir werden ihm jetzt noch ein paar Zombies mit dazu bringen unterwegs. Und beim nächsten Mal machen wir auch schon Bekanntschaft mit dem Pyjama-Träger da hinten. Und wenn alles glatt läuft haben wir ein paar Züge später unsere Burg. Na komm, mach fertig hier. Guckt euch das an, ne? Das sind echt krasse Werte für den Anfang gerade schon, ne? 12 Prozent, ey. Ist nicht ohne. Feind im Kampf fällt im Kampf. Feind im Kampf tötet. Äh. Jetzt können wir auch da rein, ne? Wir rauben das einmal kurz aus. Dann gehen wir mit ihm da rein. Nix Technologie stehlen. Führerschaft gegen Menschen. Tolle Sache. Leichentuch kann man immer gebrauchen. Tot erwecken. Natürlich billiger. Provenz gesichert. Juhu. Juhu. Juhu.